Wir sind die Klicker aus Ofenhausen, zu knapp 15 Leuten, wo heute halt nur ein Teil dabei ist. Und wir treffen uns heute das erste Mal, um den Schlossbeutrederwagen ein bisschen zu verschönern. Wir haben den Wagen hier übernommen, da quasi so in den letzten Jahren traditionell das immer die etwas Jüngeren aus dem Ort gemacht haben. Wird fürs Heimatfest noch gestrichen und wird festlich geschmückt und wird dafür noch auch Vordermann gebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017